So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Fortin Toledo. Wir sind relativ gerade an einem Schild vorbei. Erst war nur 5, 6, 5,5 Kilometer geradeaus. Und dann bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Oh, da ist schon eine Palme. Irgendwo. Oh, ich glaube. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt sind wir da. Jetzt einmal mit ohne Schleudertrauma. Da ist schon mal ein Grill. Das ist gut. Was auch immer das hier sein soll. Ein Cabrio Haus. Hatten wir auch. Da ist er ja, der kleine Martin. Das sieht hier echt schön aus. Also, ich finde es schön. Ist ja für viele nichts. Sieht auch noch recht neu aus. Jo. Also die Leute, die den Busch mögen, für die ist das hier etwas. Ist halt kein tropischer Regenwald. Da sind, genau, für die Frauen die Toiletten. Und wieder Wischte. Ja, das Museum hat auf jeden Fall zu. Aber es sieht so aus, als wäre auch deutlich weniger hier zu sehen, als beim Fortin Bocoron. Ja, gut. Fortin Bocoron ist ja auch der Haupt-Fortin. Kann man da rein? Ich glaube, hier ist nur so ein Veranstaltungszentrum. Es steht nur so in den Filme zeigen oder so. Ja, das ist so eine Leinwand. Ja, wir müssen euch hinter den Kulissen zeigen. Ja. Leider zu. Aber vielleicht kommen wir andermal noch mal vorbei. Nicht zwei Tage vor Weihnachten. Genau. Nicht kurz vor Weihnachten. Ist aber auch spontan. Ja. Ja. Da ist die Tagwo. Jo. Das heißt nicht die, die wir letztes Mal gegessen haben. Ich habe jetzt noch eine Übersicht. Ich möchte so eine Frucht haben. Ich gehe jetzt auf Essenssuche. Da war auch schon einer drin. Oh Mann. Da wohnen schon lange keiner mehr. Behind the scenes. Der ist cool, der Wagen. Auch schön, die Büsten. Ja, die geben sich hier schon Mühe. Also muss man ja sagen. Das nenne ich mal ein Nest. Ich hoffe ihr seht das Loch. Alter, schwer. Ist bestimmt ein Meter, ne? Das ist ein großes Nest. Sind wir rein gehen? Nein. Spinnen. Das ist wie so ein Mafiakarren, ey. Ja. Kann man fast noch mit fahren. Aber ich würde sagen, es ist ein bisschen eng hier drin. Wenn ich mir jetzt vorstelle. Ja. Zu zweit kann man drin sitzen. Aber unsere Camionetta ist irgendwie geräumiger. Sehr eng. Von dem Auto kommt ihr zu Tuka 1. Ja. Ja. Was für kleine Menschen, ne? Also Sarah wird da wahrscheinlich nicht rein gehen. Das heißt, ich muss jetzt mal die Kamera übernehmen. Weil ich werde euch da mit rein nehmen. Also das ist hier so ein... Ja. Du könntest ja aufrecht laufen fast. Ja, ich kann fast aufrecht laufen. Danke Schatz. Ja, das ist jetzt hier wie so ein Bunker. Unterstand, wie auch immer. Und ich würde fast sagen, das ist noch original. So wie das ganze Ding hier aussieht. Schon so ein bisschen morsch und eingefallen. Hier an der Stelle. Ja. Mit Blech. Mit Blech schon ein bisschen repariert. Aber ich muss sagen, so in Friedenszeiten ist das ja alles schön und gut hier drin zu sitzen. Aber ich möchte jetzt hier nicht drin sitzen, wenn da irgendwelche Granaten auf mich rumfliegen. Ja, hier ist schön kühl drin, auf jeden Fall. Ja. Also da bei Sarah ist es definitiv schon wärmer. Also es ist hier angenehm. Hier geht auch so ein leichter Wind und dadurch ist es echt kühl. Ja, da ist noch ein Belüftungsloch. So. Nee, wenn wir noch rücken, komme ich da nie rein. Sarah braucht mich nicht ausbuddeln. Hier, kannst weiter filmen. Nein, wollen wir mal den Weg da weiter gehen. Wo ist denn Tukados? Tukados 2. Ah, da ist Tukados. Warte. Ich bin mal auf Essensjagd. Oh. Ja, die Zikaden geben voll Gas hier. Wie ist das jetzt vielleicht? Ja, ich denke mal, das wird hier nur so ein alter Schützengraben gewesen sein. Oder der Bunker ist schon so zerfallen, dass man nichts mehr erkennen kann. Da vorne sieht es ähnlich aus. Ja, der Kaktus hat es auch hinter sich. Da ist übrigens so ein Kaktus hier, glaube ich, wo der Werner uns letztens noch erzählt hat, dass er da so ein Holzbrett rausgeschnitten hat. Kann ich euch mal einblenden? Ja, letztens ist es gut, je nachdem welches Video zuerst kommt. Ja, genau. Je nachdem welches Video zuerst kommt. Wenn nicht, wird er uns das auch verzeigen. Aber die Natur ist echt schön. Das ist geil. Hier siehst du ja schon, der ist eingebrochen, da der Bunker. Da sieht man noch diese Stämme vom Dach. Guck mal, das sieht aus wie unsere Bäumchen hier. Das sieht aus wie unser Bäumchen. Ja, die haben wir uns auf dem Grundstück gepflanzt. Umgepflanzt. Ach guck, da ist ein Flaschenbaum sogar drin. Ja, mittlerweile wächst schon ein Flaschenbaum drin. Der Krieg ist ja zum Glück schon viele Jahre her. Irgendwann muss ich euch auch noch mal so eine Zikade zeigen. Aber die ist echt schwer. Weil bei Roweda hast du meist Glück, ne? Die hat immer so ein Vieh auf dem Finger, auf der Hand, auf dem Arm irgendwo gesetzt. Aber ich bin tapfer geblieben. Die ist schon nötig, aber die ist da sicherlich nachgebaut. Ja, die Hütte des Kommandanten. Boah, hier ist aber auch schön kühl drin. Alter Schwede! Obwohl hier die Fenster alle offen sind, aber das Ding ist schon echt kühl gemacht. Durch den Lehm, ne? Ja, das ist ganz einfach nur mit so einem einfachen Fachwerk. Und hier, denke ich mal, Gras oder so Strauch und Lehm drauf geschmiert. Ich glaube, wenn du mal hier guckst, das wird eher Gras sein. Ja, irgendwie so Gras oder so ein Zeugs halt. Auf jeden Fall, ganz einfach gebaut. Geile Idee! Ey, sowas brauchen wir als Grillhütte. Relativ stabil und das Klima ist hier echt angenehm drin. Und das hier ist ein Koligrinist, würde ich fast sagen. Also korrigiert mich, aber ich würde sagen, dass es ein Koligrinist ist. Ein ziemlich großes. Ja, aber ein Berner war ja mal einer. Ja, ja, ich meine, die waren sonst kleiner, aber... Warte mal, ich versuch, ne? Ich glaube, da wird ja eh nichts mehr drin sein, ne? Ob man was sieht, weiß ich nicht. Werdet ihr im Video sehen. Oh, jetzt ist es schräg lang. Was hat hier die Frieda, oder Werner und Frieda, mit den Dingern, haben die als Kinder immer gespielt, als Geldersatz quasi. Also Kinder sind sehr erfinderisch. Aber finde ich cool. Noch ein Tucker. Der Haupttucker. Der wird sich auch noch ein bisschen besser erhalten. Aber wahrscheinlich werden die den auch schon nachgebessert haben. Willst du mit rein, oder soll ich die Kamera nehmen? Ich guck mal. Da ist ja schon fast deine Höhe hier. Das ist das Casino hier. Hier liegt das ganze Geld rum. Aber ich würde sagen, den haben die neu gemacht. Das sieht man ja vom Holz her, das ist auf jeden Fall neu gemacht. So ist das schon ein bisschen angenehmer hier drin. Ja, aber mit Wahnsinn, was das ausmacht, ne? Halt! Rein geh ich nicht. Rein gehst du nicht? Ne, in meinen Rücken. Altes Brausten. Ja, ich geh jetzt hier mal rein. Ich meine, es ist ja jetzt auch nichts besonderes hier. Das wird wahrscheinlich noch eine Originalstütze sein. Die dann noch drin gelassen wurde. Und hier kommt man dann auch schon wieder raus. Und wird von den Zikaden schon in Empfang genommen. Wollen wir euch auch ein bisschen Natur zeigen. Hier haben wir hier die schöne Blüte. Die fährt auch zum Flaschenbaum. Ich bin schon wieder wie in Deutschland im Wald. Ich muss überall gucken. Ja, von der Natur her ist das hier echt schön. Wer auf sowas steht und wir tun das. Ganz nett jetzt. Achso, guck mal. Fast vergessen. Wir haben ja hier bei uns im Chaco recht wenig Wald. Das ist ja alles nur eigentlich so ein Krüppelbusch. Und aktuell halt mit diesen Zirkaden voll, die richtig Lärm machen. Ja, die geben jetzt wieder Gas gerade. Und jetzt geben sie extra Gas. Also diese Viecher werden hier auch Weihnachtskäfer genannt. Weil die halt von ungefähr einem Monat vor Weihnachten bis zwei, drei Monate nach Weihnachten Lärm machen. Leider hat die GoPro gerade ihren Geist aufgegeben. Die hat gesagt, es ist zu heiß. Dabei haben wir doch heute nur 40 Grad. Ist echt heiß. Und jetzt kriegt dann halt Sarah mein Handy und versucht damit mal was zu filmen. Und wenn das heiß ist, dann nehme ich mal hin. Genau. Ich wollte euch nämlich noch was zeigen. Aber wenn ich hier überhaupt da ankomme. Das ist echt wunderschön hier, die Natur. Die haben ja auch hier Blüten. Warte. Halt mich doch. Ja, du kannst doch da die nehmen, die ist näher dran. Jetzt will ich die. Na, da kommen die Blüten wahrscheinlich erst, ne? Oder waren die? Ne, die waren schon. Ich meine, das sind die Früchte, die man nachher essen kann. Die sind aber jetzt noch nicht reif. Okay. Ich meine, der Werner sagte, die werden gelb. Und wenn die gelb sind, kann man die essen. Also die sind dann so säuerlich, die prickeln so ein bisschen im Mund. Aber es schmecken relativ gut, ja. Ich meine, man wird aber auch nicht satt davon. Sieben. Sieben, das wird wahrscheinlich... Mit dem Handy ein bisschen schwer einzufangen. Hier, so ungefähr ist das. Ja, bei guter Qualität hat man andere Einbußen wie jeden Zoom. Hier ist Zucker 8. Ich denke mal... Ja, das wird ja alles schon ein bisschen so zerfallen sein, ne? Man sieht ja noch so ein bisschen da die Mulde. Cool. Da hat Sarah Spinnenweben entdeckt. Ja. Das ist natürlich ganz ein Highlight für Sarah. Ja, ich will nicht. Jetzt falle ich hier schon fast in so ein Loch rein. Hier ist Zucker 9. Auch wieder nur so ein Löch-Skin da im Boden. Und da vorne sieht man schon wieder den Ausgangspunkt. Wie so ein kleiner Rundweg. Ganz nett angelegt. Jo, echt schön. Muss ich wirklich sagen. Ähnlich. Also Fortin Bokoron ist auch schön. Und Kilometer 185. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Fortin heißt. Das ist aber auch ganz interessant. Haben wir bald auf der Website. Oder je nachdem wann das Video rauskommt, haben wir das schon. Oh, Sarah ist mutig und traut sich hier über diesen Tuka 1 zu laufen. Oh. Oh. Ähm. Beim Kilometer 185. Da standen früher auch noch ganz viele... Oder... Nee, nee. Da standen vorher noch von diesen Autos standen noch mehr. Auch lauter Einzelteile lang da rum. Leider habe ich mir sagen lassen, sind die mittlerweile alle geklaut worden. Und deswegen sind die da wohl jetzt nicht mehr. Also die da um die Nester sind noch nicht mehr. Ja. Die Nester sind auf jeden Fall noch bewohnt. Man hört hier die Papageien. Aber man sieht sie leider nicht. Ja. Leider sieht man sie nicht. Und? Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Das sind alles nur... Ich sag mal auf Deutsch, Lika. Dornen. Dornenäste. Also das ist kein einziger normaler Ast. Weil das ist alles, welche die wehtun. Wahrscheinlich damit die besser ineinander halten. Also das faszinierend, wie schlau so Tiere sind. Ja. Und was die auch machen, die Papageien, wenn der Ast einmal um den Boden gefallen ist, heben die den nicht wieder auf. Die holen sich ja einen neuen. Das haben wir auch schon festgestellt. Ja. Das sieht so aus, als wäre da ein Nest runtergekommen. Die haben die aber auch gebaut, ne? Mehrere. Ah ja, das sind mehrere so Nester. Da haben sie wahrscheinlich... Die haben die Statik nicht beachtet und dann hat der Ast wahrscheinlich nachgelassen. Hier erkennt man ja auch, das hat alles voll Dornenäste. Das heißt, wenn die bei einem auf dem Grundstück so Nester bauen und das Nest kommt irgendwann runter, da hat man viel Freude an den ganzen Dornen. Wenn man Pech hat und dann mit dem Auto drüber fällt, so gut uns gesagt, können die sogar ein Loch in den Boden bauen. Ja, je nachdem, was die für Dornen genommen haben. Aber ich habe schon mal so einen Dornenbein gehabt. Ja, das war nicht lustig. Ja, Schatz, da geht es nicht durch. Da muss wieder in den Eingang gehen. Hier ist noch beschrieben, dass die meisten Fortins halt in der Nähe von so einem Wasserloch gebaut wurden. Macht ja auch Sinn, weil Soldaten müssen ja auch natürlich auch trinken. Und jetzt gehen wir mal hier den Weg lang und schauen mal, wann wir am Wasserloch rankommen. Da ist dieses Taguar-Projekt, rechts von uns. Ja, da werden wahrscheinlich irgendwo die Wildschweine sein. Da sehe ich auch schon welche. Echt? 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 Ja. Echt? 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 Ja. Gucken. Oh, die haben ein bisschen Angst. Echt? 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 Da könnt ihr sie erkennen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt noch ein bisschen näher heranzoomen wird wahrscheinlich die Qualität so schlecht, dass man sie gar nicht mehr sehen kann. Echt? Echt? Aber da sind sie. Jetzt ist die Qualität wahrscheinlich richtig mies. Aber immerhin sehen wir da Wildschweine. Jetzt habe ich leider den Salamander-Eidechse oder wie auch immer verpasst. Richtig geil. Der läuft da gerade rein. Naja, sowas kann euch hier immer mal über den Weg laufen. So Helmutfarben, richtig geil. Ja, diese ganz bunten. Die haben wir schon oft gesehen, aber leider noch nie fotografieren können. Ah, hier komme ich vielleicht noch besser an die Schweine ran. Ich glaube, ein Schwein wird so langsam ein bisschen mutiger und kommt hier hin. Auf jeden Fall haben die da hinten noch ein bisschen Wasser. Ein richtig Auslauf. Alter Schwede. Das ist ja hier so eine Aufzuchtstation, soweit ich weiß. Leider ist gerade keiner da. Jeder zwei Tage vor Weihnachten haben wir jetzt. Ja, die Leute wollen auch alle Urlaub haben. Na ja, dann lassen wir die Schweine aber wieder in Ruhe. Ein weiteres Gehege hier und ich sehe da hinten auch schon wieder Wildschweine. Je nachdem wie scheu die sind. Aber scheinen da zu bleiben. Aber wir sind natürlich auch da hinten im Gebüsch. Man sieht halt sich da so ein bisschen bewegt, aber leider kommen die nicht. Hier vorne im Trog ist auch alles voll Futter. Wahrscheinlich haben die gerade keinen Hunger und werden sicherlich auch nicht kommen. Aber auf jeden Fall interessant hier, wie viele von den Schweinen die hier so haben. Das sieht aber wirklich aus wie die Drachenfrüchte in Deutschland. Weil die haben nämlich die Synopsis hier. Ja, der ist aber schon ein bisschen angefressen. Der ist meistens durch die Vögel. Jetzt haben wir das Messer im Auto. Ne, dann ohne Messer. Dann kannst du ja nochmal so abmachen. Ich habe ein Talent für die Stoffeln. Da ist er. Der ist ja nicht wirklich angefressen. Weil das ist halt hier dieses Zeichen eigentlich für die Drachenbruch, die man in Deutschland hat. Weil es echt aussieht wie eine Königin der Nacht. Ich weiß es nicht. Aber uns hier hat das. Wir können es ja nachher ausprobieren. Wir können die andere auch noch mitnehmen. Obwohl, die ist nun wirklich angefressen. Die ist ja nur von außen angefressen. Auch ein typischer Baum hier im Chaco. Der gelbe Kebracho. Den erkennt man hier an diesen feinen, ja wie Nadeln sind die. Also wenn man da dran kommt, das tut auch weh. Das ist so das Erkennungsmerkmal vom gelben Kebracho. Wir versuchen euch mal so nach und nach Bäume zu zeigen. Ja, ich kenne die selber nicht. Die Sarah kennt die manchmal. Manchmal. Den Palo Santo, den erkennt man daran. Der hat so Schmetterlingsflügelblätter. Aber ich erkenne den auch nicht immer. Aber ich will halt sehr viel über die Bäume hier auch lernen. Weil ich die sehr schön finde. Die Beschilderung ist besser als den deutschen Wanderwegen. Ja, da hat Sarah recht. Die Beschilderung ist wirklich besser als den deutschen Wanderwegen. Jetzt geht es hier so ein bisschen ab. Gerade war ja schon noch fast wie so eine Straße. Jetzt geht es hier nur noch auf so einen Trampelpfad. Und jetzt lassen wir uns mal überraschen, wie weit es noch ist. Also wir sind jetzt, naja, 10 Minuten unterwegs oder so. Vielleicht. Naja, gut, wir haben ja auch Schweine geguckt. Es ist gefühlt mehr, weil es heiß ist. Genau, Sarah hat recht. Es ist gefühlt Kilometer lang, weil es hier einfach total heiß ist. Wir sind angekommen, wir müssen nicht verdursten. Naja, was heißt wir müssen nicht verdursten? Das Wasserloch sieht ziemlich leer aus. Hier ist auf jeden Fall die Aguada de Toledo. Das Wasserloch vom Fortin Toledo. Und wie Sie sehen, es sieht sehr, sehr trocken aus. Ja. Wäre natürlich jetzt schlecht, wenn man jetzt hier mit seiner Truppe liegen würde und kein Wasser hätte. Gerade im Chaco-Krieg war ja auch die ganze Logistik hier noch nicht so gut. Da hätte man schnell verdursten können. Ich meine, da sollen auch sehr viele Soldaten von Seiten Boliviens und Paraguay auch verdurstet sein. Also war nicht angenehm hier. Sarah hat ein Bienennest entdeckt und will ein Foto machen, trotz sich aber nicht zu filmen. Jetzt taue ich mir noch näher dran. Ja gut, die können natürlich auch böse werden. Warte, versuch's mal. Was machst du? Und wenn das jetzt nicht klappt, dann können wir Sarah wenigstens rennen sehen. Aber ich glaube, dann werde ich auch rennen müssen. Da sind sie auf jeden Fall, die Bienen. Haben sich hier so ein Nest dran gebaut. Wahrscheinlich auch irgendwie aus Lehm oder so. Sieht auf jeden Fall gut aus. Jetzt auf dem Rückweg hier. Ah, die Schweine sind aber... Ah doch, da sind ein paar Stück, die näher rangekommen sind. Mal sehen. Eine scheint ein bisschen zutraulicher zu sein oder ein bisschen mutiger. Aber kommen tut's auch nicht. Da sind die Schweinchen. Ja Leute, ich würde euch jetzt gerne was dazu erzählen. Es gibt hier irgendwie so drei Arten. Und die könnten hier sogar die größten sein. Aber jetzt gingen die wieder ein bisschen kleiner, ne? Jetzt wirken die wieder ein bisschen kleiner. Die sind generell kleiner wie die Wildschweine in Deutschland hier. Aber wie gesagt, ich glaube, das sind ja hier diese Takua oder so. Sarah hat's geschafft. Sie hat eins angelockt. Sie hat eins angelockt. Jetzt werden sie mutig. Aber ich... Ah, ich glaube, das ist diese aggressive Sorte, ja? Aber du weißt, von Roten, die können springen. Ja, ja. Die können auch so komische Geräusche machen. Und jetzt kommt noch eins. Sein Handy ist so heiß zum Film. Es ist ja nicht schlecht, dass da ein Zaun zwischen ist. Ja, wir lassen die jetzt auf einmal in Ruhe. Wir müssen die Tiere ja nicht unnötig aufregen. Aber schön, dass wir sie noch vom Nahen sehen konnten. Jetzt kommt noch eins. Die werden wahrscheinlich immer mutiger, je mehr die da zusammenrotten. Auf jeden Fall lassen wir die jetzt in Ruhe. Ganz wichtig, wenn ihr so einen Ausflug macht, nehmt genug Wasser mit. So, wir sind ja jetzt hier vielleicht eine halbe Stunde hier durch die Gegend gerannt. Und wir sind sehr am schwitzen. Ich meine, gut, wir haben uns auch einen sehr heißen Tag ausgesucht. Und auch noch eine heiße Zeit. Ja, aber im Sommer ist das eigentlich normal. Aber genau, wir haben jetzt ganz normale Sommertemperaturen. Wir sind jetzt 38 Grad. 38 Grad irgendwie so, ja. Also es geht noch wesentlich heißer hier bei uns. Aber heute knallt die Sonne auch extrem. Also die ist nicht immer so schlimm. Die hat echt viel Kraft. So, das war das Fortin Toledo. Ich hoffe ihr seht das da irgendwie. Ja, da steht, wenn wir nicht blenden was ein. Genau. Da steht auf jeden Fall Fortin Toledo. Leider war das Museum zu. Da müssen wir dann andermann nochmal hier hin. Genauso wegen den Wildschweinen. Damit wir da auch mal mehr Informationen kriegen. Aber mega hier, ne? Also ich hätte es echt nicht so groß erwartet. Ja, es ist echt riesig das Geländer. Man kann gut wandern. Haben wir jetzt nicht in Anspruch genommen, weil es doch sehr heiß war. Ja. Bis zum Wasser sind wir gekommen, aber ist schon ein gutes Stück. Genau. Sehr, nach Konditionen. Sehr schöne Natur eigentlich. Man sieht doch schon die unterschiedlichsten Pflanzen. Ein paar Stück haben auch geblüht. Ja. Sarah konnte Kakteenfrüchte ernten. Kaktusfeigen oder wie man die auch immer nennt. Ja. Genau. Gut. Dementsprechend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Jetzt guckt euch den Flaschenbaum an. Wirklich was ganz Besonderes würde ich fast sagen. Also ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich meine, ich habe aber jetzt noch nicht so viel vom Chaco gesehen. Aber da kommen aus einem Stamm 1, 2, 3, 4, ich würde fast sagen 5. 4 oder 5. Vorsicht. 4 oder 5. Links raus. Ja, jetzt fahre ich hier noch fast im Grab und kriege Ärger mit der Sarah. Ja. Da schimpft die Sarah mit mir. Bis zum nächsten Mal. Ja. Da. Untertitelung des ZDF, 2020